Hallo, in einem vorherigen Video habe ich diese schöne Aufgabe hier, die mir mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat und in der es um eine Diodenkennlinie oder eben einen nicht-linearen Widerstand geht, schon mal von Hand gerechnet und habe hier eben den Innenwiderstand, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom dieser linken Seite der Schaltung, dieses linearen aktiven Zweitpols ausgerechnet und dann in Aufgabenteil B geschaut, welcher Arbeitspunkt, welche Klemmenspannung, welcher Klemmenstrom stellt sich ein, wenn man da jetzt eben den Schalter schließt und hier diese Diode anschließt. Und natürlich juckt es mich in den, juckt es mir, juckt es mich, es reizt mich, das jetzt auch nochmal in LTSpice irgendwie zu versuchen zu lösen, das Problem. Ja, wer das nicht kennt, LTSpice ist so ein Netzwerksimulator, kann man sich hier runterladen auf der Webseite von Analog Devices. Und wenn man das Programm öffnet, sieht das so aus. Ich baue jetzt da erstmal ein bisschen diese Schaltung nach und klicke mal hier auf New Schematic und fange mal an mit einer Spannungsquelle, die findet man hier unter Component und Voltage und baue die mal hier so rein. Und dann brauchen wir noch Widerstände, die gibt es hier, Widerstand R1 mit STRG R auf der Tastatur, das steht hier unten auch in dieser Ecke, kann man das drehen. Widerstand 2, Widerstand, ich drehe nochmal, dass die Beschriftung auf der anderen Seite ist, Widerstand 3 und Widerstand 4 und dann haben wir da erstmal diese Klemmen. Und soweit baue ich das jetzt erstmal zusammen und verdrahte das. Wir brauchen noch einen Masseknoten für die Festlegung des Bezugsknotens, denn das, was dann im Hintergrund hier stattfindet, ist eine Knotenspannungsanalyse. So, und verdrahte mal hier auch so, lasst diese Klemmen jetzt erstmal offen. Über die Diode müssen wir dann gleich nachdenken, es geht jetzt nun mal darum, diese Ergebnisse schon mal für Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und so zu validieren. Also jetzt ist das erstmal die Schaltung, jetzt brauchen die Widerstände natürlich noch Bauelementwerte, das sind 16,5 Ohm, statt einem Komma muss man hier einen Punkt schreiben, R2 sollen dort Aufgabenstellung 6 Ohm sein, das steht immer alles hier drüben irgendwo. Der Widerstand R3 sind 14 Ohm und der Widerstand R4 sind 13,3 Ohm. Und der Wert der Quellspannung, das sollen 2 Volt sein. So, und wenn man jetzt sich hinten mal noch eine Beschriftung ranschreibt und sagt, das ist hier zum Beispiel, ja, die Spannung an dem Knoten A, hier oben, das soll der Knoten A sein. Und das hier unten soll der Knoten B sein. Auch da noch eine Beschriftung dran, die B heißt. Dann können wir jetzt eben das Potenzial, beziehungsweise die Spannung an diesen beiden Knoten ausrechnen, wobei der Knoten B ja hier unten auch auf Masse liegt, auch mit am Bezugspotenzial angeschlossen ist. Also das Potenzial am Knoten A ist auch gleichzeitig die Spannung A, B. So, und dann simuliere ich mal und mache jetzt einen Gleichspannungsarbeitspunkt. DC Operating Point, klicke auf OK und dann kommen da raus die Spannung am Knoten A. Das sind 1,4 Volt und das sind auch genau die 1,4 Volt, die ich von Hand ausgerechnet habe. Und genauso probe ich das jetzt nochmal mit dem Kurzschlussstrom, indem ich in der Schaltung einfach hinten jetzt einen Kurzschluss einfüge zwischen diesen beiden Knoten und dann nochmal simuliere. Und dann sollte der Kurzschlussstrom natürlich der Strom sein, der hier durch den Widerstand R4 fließt. Und dann können wir sehen, das sind Minus, in dem Fall jetzt Minus 0,08 Ampere, 80 Milliampere. Tja, warum Minus? Weil der Widerstand jetzt hier so eingebaut ist, dass positiver Strom in diese Richtung fließt. Man kann sich aber überlegen, wenn die Quelle so ist, muss hier Strom rausfließen, muss überall Strom nach rechts wegfließen, die 80 Milliampere. Das ist dieser Wert hier. Also was ich mal mache ist, ich nehme jetzt mal dieses, ich muss das mal ein bisschen größer machen, nehme mal dieses Handwerkzeug. Ne, das ist genau das falsche Handwerkzeug. Wir brauchen das andere Handwerkzeug. Nehme nochmal den Widerstand raus, dreh den nochmal mit STRG R um 180 Grad, baue den wieder rein. Mit dem mache ich das mal genauso. Und dann, wenn ich noch einmal einfach auf simulieren klicke, dann sind die Ströme, die ja durch den Widerstand R2 und R4 fließen, die sind jetzt auch positiv gezählt. Also der aktive Zweipol, der linke Teil der Schaltung hier drüben, ähm, der stimmt erstmal, der macht in LTSpice genau das gleiche, was ich auch von Hand ausgerechnet habe. So, etwas schwieriger ist jetzt über diese Diode hier nachzudenken. Und, ähm, tja, das ist ja nicht so eine standardmäßige Diode, sondern hier ist eben genau diese Kinnlinie gegeben. Und genau diese Kinnlinie möchte ich jetzt auch versuchen, irgendwie in LTSpice reinzubekommen. Und nach dieser Problemstellung kann man jetzt natürlich so ein bisschen googeln und ein bisschen suchen. Und wo findet man dann eine Lösung? Natürlich bei Stack Exchange und, ähm, in der Kategorie Electric Engineering, also, ähm, IV-Curve, ne, wie kriege ich eine Stromspannungskurve-Kennlinie mit PWL-Datapoints, PWL ist Piecewise-Linier. Also wie kriege ich das so stückweise linear approximiert? Ich habe zum Beispiel so eine Wertetabelle, wie kriege ich die da rein? Und dann kann man sie so ein bisschen lesen. Dann gibt es ja verschiedene Vorschläge, wie man das machen kann. Eigentlich bezieht sich das hier alles auf Solarzellen, aber das kann man natürlich auch für Dioden machen. Und dann gibt es hier, ähm, irgendwo unten, hier eine, eine sehr schöne, einfache Lösung dafür. Also man kann eine G-Quelle nehmen. Eine G-Quelle ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle und kann dann da genau in Form von so einer Tabelle eben Werte vorgeben, wie sich diese spannungsgesteuerte Stromquelle eben verhalten soll. Und damit kann man auch dann das Verhalten der Diode nachbilden. So, und genau das probiere ich jetzt auch mal aus. Also ich mache mir hier mal noch ein zweites Schaltbild auf und baue das mal genauso nach, um das mal zu testen. Also wir brauchen wieder eine Spannungsquelle. Ich bringe ihn hier so rein. Und wir brauchen jetzt diese G-Quelle. Und die G-Quelle finde ich auch bei Component. Die heißt hier dann eben G. Und da gibt es G und G2. Die unterscheiden sich jetzt darin, wie diese Anschlüsse sind. Und, tja, ich brauche auf jeden Fall die zweite Variante. Ich möchte, dass der Strom nach unten zeigt. Das heißt, ich muss die einmal drehen oder zweimal drehen mit Ctrl-R. Das steht hier wieder in dieser Ecke da vom LTSpice. Also rumgedreht. Jetzt habe ich die Steuerungsanschlüsse auf der rechten Seite. Die hätte ich gern auf der linken Seite. Also nehme ich Steuerung E, um das zu spiegeln. Und baue das so hin. Dann kann ich das mit dem Wire-Tool einmal alles zusammen verdrahten. Hier unten auch, ups, auch ringsrum. Das kleine Ändchen hier muss ich wieder weglöschen mit der Schere. Die kann ich mit Escape aktivieren. Hier unten muss noch ein Masseknoten angeschlossen werden. Den braucht man wieder für die Knotenspannungsanalyse beziehungsweise für die modifizierte Knotenspannungsanalyse. Und, ja, also die Diode oder diese, das, was ich mit der Diode nachbilden möchte, diese sparrungsgestörte Stromquelle, die wird jetzt natürlich direkt von der Spannung, von dieser Spannungsquelle hier gesteuert. Und ich mache mal eine einfache Tabelle und schreibe mal hin, also Table. Und wir versuchen uns mal diesem Problem ganz simpel zu nähern, indem ich mal sage, also wir fangen mal, wenn man jetzt hier schaut bei 0 und 0 an und bei 0,5 Volt soll das immer noch 0 sein und bei 0,7 Volt oder 0,75 Volt meinetwegen wollen wir diese 80 mA haben als Strom. Nur mal so testweise, also 0 und 0 und dann bei 0,5 soll das immer noch 0 sein als Strom und bei 0,75 Volt möchte ich 80 mA haben als Strom. So, das wäre jetzt eine ganz einfache Tabelle, die diese Funktion nachbildet. Und jetzt kann ich hiermit auch schon mal simulieren. Und das, was ich jetzt brauche, ist ein DC Sweep. Und zwar möchte ich mal die Quelle V1 in meiner Schaltung linear sweepen zwischen 0 Volt und 1 Volt zum Beispiel. Ja, ein bisschen so wie in diesem Diagramm und mit 0,01 Volt Schrittweite und Inkrement. So, und dann sagt das hier, okay, ich kann das jetzt noch nicht machen, weil ich muss da noch ganz unbedingt, ich muss erst mal die Fenster neu sortieren, Teil Horizontally zum Beispiel. Ich muss da noch einen Wert einfach geben, damit das V hier verschwindet. Da schreibe ich mal einfach 0 rein. Genau wie auf der Webseite in dem Beispiel. Da steht auch eine 0 und hier unten ist praktisch dieser Sweep eingestellt. So ähnlich sieht das jetzt bei mir hier auch aus. So, und dann klicke ich noch mal auf simulieren und kann mir jetzt diesen Strom hier angucken. Ja, den Strom, ich sortiere die Fenster nicht noch mal neu, den Strom in Abhängigkeit der Spannung. Und das ist auch genau das, was hier dargestellt ist. Ja, also hier haben wir hier unten eine Spannungsachse in Abhängigkeit der Spannung, den Strom und diese Kurve. Und genau das Gleiche sehe ich jetzt auch in LTSpice. Hier unten ist eine Spannungsachse, hier ist dieser Strom. Und das einzige Problem ist jetzt, naja, bisher ist das hier nur irgendwie eine Gerade aus zwei Stücken. Jetzt muss ich das irgendwie schaffen, genau diesen Verlauf hier in LTSpice reinzubekommen. So, und dafür gibt es jetzt einen kleinen Trick. Ich suche mir mal nochmal das Bildchen hier raus und kopiere das mal, nur diesen Teil, auf den es jetzt ankommt, nur das Diagramm. Und schneide mal, oder schneide das aus, STRG-C, füge das mal als ein neues Bild ein. Und das ist so ein bisschen grau und matschig. Ich mache jetzt erst mal den Kontrast dieses Bildes einfach hoch, ziehe die mal auf den vollen Wertchen. Dann wird natürlich aus diesem grauen Stufenbild ein Schwarz-Weiß-Bild, in dem man jetzt diese Kennlinie da auch ganz gut sieht. So, und jetzt gibt es eine wunderschöne Internetseite, nämlich diese hier, den Webplot Digitizer von Automeres. Mit dem kann man mehr oder weniger automatisiert eben Daten aus so Diagrammen extrahieren. Also ich habe durch ein Bild ein Diagramm gegeben und möchte jetzt wieder aus Bild Daten machen und mache mal hier, launche das mal und dann sieht man, jetzt muss ich eine Datei auswählen und habe hier so ein Beispielbild und in dem Beispielbild kann man sich auch vorstellen, dass das besonders dann gut funktioniert, wenn eben diese Kurve farbig ist und sich irgendwie von dem Hintergrund unterscheidet. Und das ist jetzt hier in meinem Bild leider noch nicht der Fall. Hier ist ja alles schwarz. Also mache ich noch einen Zwischenschritt. Ich versuche mal diese Kurve einzufärben. Und das heißt, ich markiere das hier nochmal alles, kopiere mir das nochmal und benutze wieder, ja, Paint ist dein Freund, Paint als Programm, füge das hier ein, mache mal zuschneiden, zoome mal ein bisschen rein. Ich mache das vielleicht mal so groß, wie man im Bildschirm ist. Jetzt sieht man, hier ist auch nicht alles schwarz geworden, sondern ja, vorher waren da auch irgendwie so ein bisschen andere Farben drin. Auf jeden Fall ist jetzt hier meine Linie und die zeichne ich jetzt mal am Anfang, da wo sie gerade ist, einfach nach und zwar in einer Farbe, die sich wunderbar unterscheidet, zum Beispiel in Rot. Also mache ich bis zu diesem Knickpunkt hier einen dicken roten Strich drüber. Und hier könnte ich jetzt mit diesem Tool hier einfach das einfärben, indem ich da so rote Farbe draufkleckere und dann sieht man, jetzt wird hier zum Beispiel der Rest von dieser Achse auch mit Rot. Das möchte ich gern vermeiden. Also muss ich mal mir so ein paar Punkte schon mal raussuchen. Zum Beispiel hier unten, ich muss mal noch weiter rein zoomen, wo ich das mal so ein bisschen händisch schon mal rot einzeichne, da wo jetzt eine Grenze sein soll, wo das Rote nicht weitergehen soll. Ja, und das wäre zum Beispiel hier und ich glaube hier oben gibt es auch noch so ein paar Stellen, wo ich mal sagen kann, also hier, das ist irgendwie eine Grenze von der Linie und hier an der Stelle soll das bitte nicht weitergehen. Hier oben sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Hier muss ich vielleicht noch ein bisschen Grenze zeichnen und hier auf der Seite, das ist jetzt so ein bisschen manuell eine kleine Fleißarbeit. Hier sieht das ganz gut aus. Hier können wir das vielleicht auch noch so einzeichnen, dass die Linie da nicht zu dick wird und an der Stelle hier und hier sieht das gut aus. Hier unten sollte das jetzt auch gut aussehen. Sodass, wenn ich jetzt das restliche schwarze Fülle, dass hier nur die Linie rot wird. Das hat funktioniert. Jetzt habe ich genau diese Kennlinie aus genau diesem Bild rot eingefärbt. Und das speichere ich jetzt mal ab. Sage Speichern und speichere das auf dem Desktop und nenne das Kennlinie. Okay. So, und jetzt kann ich wieder in den Webplot Digitizer reingehen und suche mir jetzt genau diese Datei hier raus. Die ist hier zu finden, Kennlinie. Und jetzt muss man als erstes sagen, was ist denn das für ein Diagramm? Das ist ein 2D-Diagramm mit XY-Achsen. Das muss ich jetzt kalibrieren. Und dafür muss ich einmal auf sozusagen den Anfang oder irgendeinen bekannten Wert der X-Achse klicken. Klicke ich einfach auf den Anfang und auf das Ende. Und genau das Gleiche mache ich für die Y-Achse. Also nochmal hier hin klicken und auf das Ende der Y-Achse oder einen bekannten Wert kann ich auch hier oben drauf klicken. So, und dafür muss ich jetzt Werte einstellen. Also Anfang der X-Achse ist bei 0. Das Ende, was ich angeklickt habe, ist bei 1,6. Ich glaube, hier muss man einen Dezimalpunkt verwenden. Und bei der Y-Achse ist der Endwert, den ich angeklickt habe, 0,09 Ampere oder eben 90 Milliampere. Ich mache das mal direkt in Grundeinheiten. Dann spare ich mir weitere Umrechnungen in LTSpice. So, und klicke jetzt Calibrate. Und jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal diese Achsen kalibriert. Jetzt kann ich mir hier eine Farbe rauspicken. Eben genau das Rot, was ja auch als dominante Farbe oder eine der dominanten Farben erkannt wird. Und klicke dann auf, das ist hinter meinem Kopf verborgen, auf Run. Und dann sieht man schon, jetzt werden hier automatisch Punkte reingepackt in diese Linie, die diese Linie nachbilden. Und diesen Datensatz, den kann ich mir hier anschauen. Und dann sehe ich, das sind genau diese Punkte, die hier sind. Also für alle Ströme, für alle Spannungen in diesem Bereich von 0,25 Volt bis eben 0,9 Ampere Volt, habe ich hier Werte für den Strom. Interessanterweise, also der letzte Punkt hier ist falsch. Hier weiß ich nicht, ob da noch mal irgendwo was Rotes erkannt wurde, ob ich da mal aus Versehen rot hingeklebt wurde. Also der letzte Punkt ist falsch. Und die ersten Werte, wo es hier so sehr kleine Ströme gibt, die setze ich alle manuell, die muss ich alle manuell auf 0 setzen. So, und jetzt muss ich im Prinzip nichts anderes noch hinbekommen, als diesen Datensatz von hier, ja, von dem Webplot Digitizer, in meine Tabelle hier in LTSpice reinzubekommen. Und wenn ich das mache, sollte hier genau die gewünschte Kennlinie von der Diode entstehen. Und dann muss ich nur noch diese Kennlinie, diese Diode, in meine ursprüngliche Schaltung reinbauen, wo wir schon diesen aktiven Zweipel hatten. Das ist jetzt noch so ein bisschen der verbleibende Weg. Also kopiere ich mir mal diesen Datensatz hier. Und bevor ich den kopiere, passe ich das Zahlenformat noch ein bisschen an und mache mal so eine Exponentialform mit, was weiß ich, vier signifikanten Stellen. Das sollte eigentlich hinreichen, dann habe ich nicht so einen langen Datensatz. Dann sieht der so aus. So, und den kopiere ich und den füge ich mir jetzt mal in einen handelsüblichen Editor ein. Da nehme ich hier Notepad++ und dann sieht das so aus. Und dann haben wir gesagt, also der letzte Wert hier, der ist Quatsch, den kann ich löschen, den brauche ich nicht. Die letzte leere Zeile brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Und bis die Spannung 0,48 ist. Also hier fängt die irgendwann an, anzusteigen. Und davor diese Werte, die sind eigentlich alle 0. Also hier kann ich alle, das ist jetzt auch nochmal ein bisschen Fleißarbeit, die kann ich alle auf 0 ändern. Das ist eigentlich nur numerisches Rauschen. Da passiert nichts. Das geht eben so genau nicht aus diesem Scan hervor. Oder so genau wird jetzt diese rote Linie nicht erkannt. Und ich meine, hier hinten diese Werte haben natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. So, dann sieht das schon im Prinzip ganz gut aus. Jetzt ist das hier so gegeben als zwei Spalten. Jetzt muss ich das natürlich hier für mein LTSpice einfach als ein langen, als eine lange Zeile haben. Und ich muss nochmal auf das Datenformat schauen. Also hier habe ich immer ein Komma als Dezimaltrendzeichen. Hier habe ich einen Punkt. Und hier habe ich noch dieses Semikolon als Trenner. Das gibt es hier nicht. Also erstmal muss vielleicht das Semikolon weg. Und dafür mache ich hier mal Suchen und Ersetzen und mache aus dem Semikolon einfach ein Leerzeichen und sage mal alle Ersetzen. Da ist das Semikolon weg. Und aus dem Dezimalkomma mache ich ein Dezimalpunkt. Dann passt das auch schon mal. Und jetzt kann man hier noch so einen erweiterten Modus machen und kann sagen, aus einem Return, aus einem Zeilenumbruch mache ich jetzt mal auch ein Leerzeichen oder zwei Leerzeichen. Hier habe ich ja auch zwei Leerzeichen dazwischen. Gucken wir, ob das funktioniert. Das hat offensichtlich nicht funktioniert, weil es gibt kein R, aber vielleicht gibt es ja ein New Line und das hat funktioniert. Also jetzt habe ich immer das alles im Prinzip in einer langen Zeile und den schönen Datensatz nehme ich jetzt hier und kopiere mir den hier rüber und packe den hier in diese Table rein. So und dann sieht das so aus und dann klicke ich nochmal auf Simulieren und dann sieht man, ha, cool, hat funktioniert. Ja, das ist jetzt genau dieser Datensatz von der Diode. Ich kann das ja mal auf diese Seite des Bildschirms rüberziehen und kann auch vielleicht hier so das Originalbildchen hinbauen und hier nochmal die Fenster sammeln und dann sieht man, dass das ziemlich genau passt. Wenn ich jetzt mal hier vielleicht auch noch den Bereich ein bisschen anpasse und sage, das soll bei ungefähr 0,025 anfangen und bei 1,6 Volt oder sowas aufhören, 1,7 Volt, ja, dann kommt da, also, ja, dann sieht man, dass das rechts wie links des Bildschirmes ziemlich, ziemlich, ziemlich gut passt und genau das nachbildet. Damit fehlt jetzt nur noch der letzte Schritt. Die Diode von hier also diese gesteuerte Quelle, die das Verhalten genau dieser Diode nachbildet, die muss jetzt in meine ursprüngliche Schaltung rein und dafür nehme ich jetzt dieses Kopieren, diese Kopieren Funktion, kopiere die mal und gehe jetzt auf das andere Bildchen und füge diese Diode mal hier hinten ein und mache das mal wieder ein bisschen größer, klicke mal auf Space, dann sieht man, dann wird hier so weit reingezoomt in die Schaltung, dass alles drauf passt, auch diese sehr lange Tabelle, das natürlich nicht so hilfreich ist. dann kann ich das wieder weglöschen, den Kurzschluss, den ich ja künstlich eingefügt hatte, um den Kurzschlussstrom zu messen, schließt die Diode oder diese gestörte Quelle an, schließt die Steueranschlüsse an und jetzt sollte, wenn ich auf Simulieren klicke, sollte hier das rauskommen, was vorher mal bestimmt wurde, nämlich also an den Klemmen sollten das ungefähr 0,7 Volt sein als Spannung und 40 Milliampere als Strom. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt, ob das auch funktioniert und wir gucken mal, also die Spannung am Knoten A sind 0,694 Volt, also das kommt hin, das ist jetzt eben genau die verbleibende Ungenauigkeit, so gut wie man jetzt eben aus dieser Kennlinie hier, die ich rot eingefärbt habe, so genau wie man eben diese Spannung hier ablesen kann aus der dicken roten Linie und der Strom, der durch den Widerstand R4 fließt beziehungsweise der Strom, der durch diese G-Quelle und durch die Diode fließt sind 0,04 Ampere, was eben auch genau den 40 Milliampere hier entspricht. Also das alles in allem eine sehr schöne Lösung, weitere Lösung und Bestätigung meiner hinschen Lösung dieser Aufgabe in LTSpice. 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 LTSpice.